Dies ist die Geschichte eines großen Gelehrten. Die Geschichte der Sonne und der Erde. Und es ist meine Geschichte. Ich bin Anna Schilling und ich half Nikolaus Kopernikus, die Welt zu drehen. Willst du wirklich die Sonne anhalten? Exzellenz, es scheint, als würde sich die Erde um die Sonne drehen. Das ist natürlich ein Angriff auf die Schöpfung Gottes. Verschwendet nicht eure Zeit mit einem Buch über Hirngespinste. Dann wird der Papst das Buch verbannen. Johannes Petreus kann es nicht erwarten, euer Buch zu drucken. Ich will nur meine Berechnungen bestätigt sehen. Kein Buch! Er wusste, dass er eine interessante Theorie entwickelt hatte, die er noch nicht beweisen konnte. Er ist Mathematiker, vielleicht kann er mir helfen. Natürlich kann ich helfen. Wer, wenn nicht ich? Ohne Reticus wüssten wir wahrscheinlich heute überhaupt nicht, dass es Kopernikus gegeben hat. Wenn der Lutheraner uns nützlich ist, behaltet ihn. Aber die Frau muss gehen. Weißt du noch, wie viel ich dir geholfen habe? Wenn du mich jetzt wegschickst, dann ist das für immer. Er ist cool! Was tust du hier? Er ist tot. Wieso bist du hier, Anna? Nikolaus, verstehst du nicht? Bischof Färber ist tot. Ja, ich weiß. Ich bin ja sein Leibarzt. Ich meine, ich war... Ich habe alles versucht, Anna. Aber es war einfach nichts zu machen. Was machst du da? Ich ziehe wieder ein. Hat dich jemand gesehen hat? Du bist Domherr, Verwalter des Bischofs. Du hast das Recht auf eine Haushälterin, Nikolaus Kopernikus. Anna, du bist wieder zurück. Als Anna Schilling 1539 in Frauenburg ankam, war sie eine gestandene Frau. Sie war fast 50 Jahre alt, also über zwölf Jahre jünger als Nikolaus Kopernikus. Sie war wahrscheinlich gerade geschieden worden, sodass sie völlig unabhängig war und über ihr eigenes Schicksal entscheiden konnte. Warum hast du mich nicht geholt, als Färber tot war? Ich muss den Heinsberg bleiben. Die Zeremonien, die anderen Domherren, die Verwaltung des Bistums, der neue Bischof. Wer wird sein? Dein Freund Gieser? Dann Tiskus, so scheint es. Meinst du, er wird uns in Ruhe lassen? Kein Bischof wird dich je wieder fortjagen. Das verspreche ich dir. Als ich vor fünf Jahren das erste Mal zu Kopernikus als Haushälterin kam, hat der scheinheilige Bischof Mauritius Färber mich bald wieder fortgejagt. Jetzt ist Färber tot, aber sein Nachfolger Dantiskus ist ein ähnlicher Heuchler und ein gefährlicher Zeitgenosse. Dantiskus ist der Bischof des Bistums Ermland. Kopernikus bezeichnet dieses Bistum an der Ostsee bei jeder Gelegenheit, als den sehr entlegenen Winkel der Welt. Lange Zeit gehörte das Ermland zum deutschen Orden. Inzwischen gehört es zur polnischen Krone. Aber der polnische König ist weit weg. Und so sind die katholischen Bischöfe die Herren im Land. Sie fürchten nur die Gesandten des Papstes. Ich danke euch, mir diese gute Nachricht aus Rom überbracht zu haben. Es schien mir, seine Heiligkeit hat zuallererst meine Geduld prüfen wollen. Zwei Monate lang tappte ich im Zwielicht, ob ich in den Augen Roms dem Amte des Bischofs würdig sei. Hochwürdigster Herr, dem Tüchtigen schenkt die Geduld das Glück. Unser heiliger Vater hat in eure Hände eine besondere Verantwortung gelegt. Eine großmütige Entscheidung, die nach Reife verlangte. Hochverehrter Legatius, ich werde keine Mühen scheuen und unserem päpstlichen Hirten in Rom nichts als Zufriedenheit bereiten. Exzellenz, eure Hingabe erfüllt mich mit Freude. Auf welche Weise gedenkt ihr, euren Beitrag zu leisten? Eine Spende vielleicht? Nichts wäre mir lieber, wohl edler Botschafter. Doch im Gegensatz zum Reichtum Roms, ich wage es nicht, euch mit Almosen abzuspeisen. Ihr könntet ein paar Anhänger Luthers enteignen. Ach, in unser entlegenes Bistum hin wird sich dieser Unglaube nicht ausbreiten. Die Strafe vor der Tat scheint mir übereilt. Nun, was habt ihr sonst für die Kirche? Geehrtester Herr und wertester Gast, bestimmt habt ihr gehört vom großen Ruhm des allseits geachteten Nikolaus Kopernikus. Ähm, Nikolaus Kopernikus sagt ihr. Ich glaube, den Namen zu kennen. Ein Gelehrter? Genau der. Kopernikus ist einer meiner Domherren, zugegen in Frauenburg. Kopernikus hatte keine klerikalen Ambitionen. Es ist wahrscheinlich, dass er nur eine niedere Weihe hatte, eine Priesterweihe. Damit konnte er zwar Domherr sein, aber nicht höher befördert werden. Neben seinen treuen Diensten arbeitet der geniale Mann an Berechnungen für einen neuen Kalender im päpstlichen Auftrag. Seit 1500 Jahren gilt in Europa der Julianische Kalender. Doch dieser Kalender ist ungenau. Schon im alten Rom wussten die Gelehrten, dass ein Jahr nicht 365 Tage hat. Der Kalender ist für die Kirche sehr wichtig, vor allem wegen des Termins für Ostern. Der Frühlingsanfang wurde beim Julianischen Kalender auf einen bestimmten Tag festgelegt. Weil man sich aber nicht darum gekümmert hat, dies genau mit den Jahreszeiten abzugleichen, hat sich der kalendarische Frühlingsanfang im Laufe der Zeit in einer Weise verschoben, dass es religiös problematisch wurde. Man benötigte einen Kalender, der mit dem Frühlingsanfang übereinstimmt, damit Ostern am richtigen Zeitpunkt stattfinden kann. Deshalb hat Papst Leo X. den römisch-deutschen Kaiser Maximilian I. aufgefordert, alle Theologen und Astronomen von bedeutendem Ruf zu bitten, an die Lösung des Kalenderproblems mitzuarbeiten. Der neue Kalender. In allen Landen arbeiten die Gelehrten daran. Das ist für Rom von großer Wichtigkeit. Aber was kümmern uns beide ein paar ungenaue Kalendertage? Ungenaue Kalendertage? Der Kalender gerät aus den Fugen. Bald liegt Weihnachten im Frühling. Eines der großen Probleme der antiken Astronomie bestand darin, einen Kalender zu finden, der die jahreszeitlichen Rhythmen perfekt widerspiegelt. Das Interessante ist ja, dass das Jahr, das wir anhand der Jahreszeiten bestimmen, nicht mit dem Jahr übereinstimmt, das wir anhand der Sternenbilder, anhand des Sternenhimmels bestimmen. Und insofern passen beide Beschreibungsweisen nicht zusammen. Dadurch, dass die Jahre unterschiedlich lang sind, laufen sozusagen die Jahreszeiten und der Sternenhimmel langsam auseinander. Die Ungenauigkeit des Julianischen Kalenders hat in 1500 Jahren dazu geführt, dass sich das Datum um 10 Tage verschoben hat. Der Frühlingsanfang fällt daher auf den 31. März. So entfernt sich die Kirche der Heilige Vater von Gott. Ich werde in Rom von eurem Beitrag berichten. Tut das. Berichtet, dass der treue Bischof Dantiskus und sein Kopernikus eine Lösung für diese drängende Sorge des Papstes haben. Alles andere zur gegebenen Zeit. Im 16. Jahrhundert waren viele Menschen, die sich mit Wissenschaft beschäftigten, mit der Kirche verbunden. Die Kirche ist also an wissenschaftlichen Erkenntnissen beteiligt. Sie ist immer an neuen wissenschaftlichen Theorien interessiert. Die Kirche ist auch, wie Kopernikus selbst, eine ziemlich heterodoxe Institution. Doch die Kalendereform wird für Kopernikus zu einer gefährlichen Bedrohung. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit, mein lieber Kopernikus. Es wäre doch nicht nötig gewesen, mich persönlich am Tor zu begrüßen. Ich bestehe darauf, euch persönlich zu empfangen. Ihr seid schließlich mein kostbarster Domherr und mein zukünftiger Leibarzt. Geliebt und gelobt von allen Seiten. Ihr seid so gütig. Und berühmt seid ihr auch. Ein Abgesonder des Papstes hat mich besucht. Er sprach nur von euch. Und er hatte eine dringende Bitte. Den Abschluss des neuen Kalenders. Mir ist bekannt, dass ihr schon lange daran arbeitet. Doch dem Papst kann es nicht schnell genug gehen. Jedes Jahr verschiebt sich der Kalender um Stunden. Minuten. Egal, auch eine Viertelstunde ist zu viel. Es ist viel weniger. Ich bin nicht der Richtige für diese Aufgabe. Meine Berechnungen sind nicht zu gebrauchen. Kopernikus war sich der Bedeutung seines Lebens und der Tatsache bewusst, dass es sich um eine Entdeckung handelte, die für die Kirche nur schwer zu akzeptieren war. Er hatte einfach Angst vor dieser Veröffentlichung. Ich fürchte Exzellenz, dass Rom an meinem Resultat nicht erfreut sein wird. Seid ungesorgt. Ich werde euch gebührend vor dem Heiligen Stuhl vertreten. Schaut doch, dass ihr bald euer Rechenberg zu Ende bringt. Kopernikus weiß, dass seine Erkenntnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte widersprechen. Er ringt mit sich und mit seinem christlichen Glauben. Er verortet immerhin die Erde als Himmelskörper unter anderen Himmelskörpern und macht somit den exklusiven Status der Erde, den sie bis dahin im ptolemäischen Weltbild hatte, zunichte. Und das ist natürlich in gewisser Hinsicht ein Angriff auf die Schöpfung Gottes und ihrer Exklusivität. Kopernikus' Eltern starben vermutlich beide, als er ungefähr zehn Jahre alt war. Er wuchs in Turin auf. Sein Onkel wurde gerufen, um die Verantwortung für die vier Kinder zu übernehmen. Er sorgte dafür, dass die beiden Jungen ihre Ausbildung fortsetzen konnten. Wir befinden uns hier im Haus der Familie Kopernikus, das Nikolaus Kopernikus von seinem Großvater, dem Vater seiner Mutter, geschenkt bekommen hatte. Sein Onkel schickte sie auf die Universität in Krakau. Wenn Kopernikus' Eltern noch gelebt hätten, dann hätte er sicherlich in deren Handelsgeschäft lernen müssen. Kopernikus, wenn man sich sein Leben anschaut, war in besten Verhältnissen geboren und aufgewachsen. Also ein reiches Elternhaus, ein Elternhaus, das vielleicht auch in der Kirche im Glauben verhaftet war und auch seine Biografie eigentlich prädestiniert war, große Karriere in der Kirche zu machen. Freunde, Bischof, Kardinal, also bestens vernetzt in dieser Zeit. Und da glaube ich auch, wenn man das richtig liest, ein hochgläubiger Mensch, der an die Stellung der Kirche in der Gesellschaft auch glaubte. Nikolaus Kopernikus besuchte zunächst eine Pfarrschule in Thorn. Danach studierte er an der Jagiellonen-Universität der Krakauer Akademie und anschließend von 1496 bis 1500 studierte er Jura in Bologna und Medizin in Padua. Wer sich mit der Kirche anlegt, muss mit drakonischen Strafen rechnen. So wird 1528 in Feldkirch in Vorarlberg der Vater eines Mannes hingerichtet, der Leben und Werk von Kopernikus entscheidend beeinflussen wird. Der Arzt und Humanist Georg Iserin wird zum Tode verurteilt, weil er sich angeblich auf einen Pakt mit dem Teufel eingelassen hat. Eine Hinrichtung ist natürlich tatsächlich ein krasser Akt eines Vergehens. In der Regel hat man da auch ein Gerichtsverfahren vorgeschaltet und ein Gerichtsverfahren läuft im Prinzip so ab, dass der Verurteilte ein Geständnis abzugeben hat. Und das Geständnis kommt zustande durch Folter. Die Strafe ist aber nur eine Vorstrafe. Die eigentliche Strafe folgt nach dem Tod, den die Menschen als Vorstrafe sozusagen zufügen, dann letztlich im Himmel durch Gott. Der Sohn des unglückseligen Georg Iserin ist Georg Joachim Iserin, der sich später Reticus nennt. Und so kam es, dass 1528, als Reticus noch nicht einmal ganz 14 Jahre alt war, sein Vater zum Tod durch den Strang verurteilt, wurde dann aber begnadigt, dass es nur durch das Beil geschehe. Also er wurde geköpft hier in Feldkirchen. Und die Familie wurde dann der Auslöschung des Andenkens unterworfen. Der Name des Vaters durfte nicht mehr genannt werden, weil er sich ja mit dem Teufel eingelassen hatte. Trotzdem darf der Sohn des Hingerichteten in Feldkirch zur Schule gehen. Er lernt Latein und zeichnet sich vor allem durch seine exzellenten Mathematikkenntnisse aus. Reticus ging 1532 an die noch nicht sehr alte Universität in Wittenberg und machte dann sehr schnell Karriere, würde man heute sagen, indem er bereits mit 22 Jahren seine Antrittsvorlesung gab. Er ist ein junger Mann, der schon ziemlich bekannt ist. Er ist ein Schüler des Reformators Melanchthon in Wittenberg und bekommt dort eine Stelle als Mathematikprofessor. Reticus muss dann zum ersten Mal gehört haben von diesen Ideen eines Wissenschaftlers im fernen Frauenburg, dass eben die Erde sich um die Sonne drehe und nicht umgekehrt. Und das muss ihn sofort gepackt haben und er wollte unbedingt mehr wissen von Kopernikus. Und so hat er dann zuerst einmal eine Forschungsreise nach Nürnberg unternommen. Nürnberg kennt zu dieser Zeit jedes Kind. Sogar wir in Danzig und im Ärmland wissen, dass die Stadt durch Gold, Silber und Metallarbeiten steinreich geworden ist. Und in Nürnberg lebt auch der berühmte Drucker und Holzschnitzer Johannes Petrius. Luther ist ein mutiger Mann. Und er schreibt großartige Reden. Er mag schöne Reden schreiben, aber ihr solltet ihn sprechen hören. Wenn nun aber das Evangelium genug ausgelegt ist, damit es auch jeder Mann versteht. Genug, es reicht, Herr Reticus. Wenn Sie an Wunder glauben, es ist ein Wunder, dass dieser Mann Anhänger findet. Wie? Dass immer auch Herr Luther niederschreibt, verkauft sich wie frischgebacken Brot. Da muss ja was dran sein. Da habt ihr recht. Mich hat er auch zum Lutheraner konvertiert. Mit einer Mathematikprofessur in Wippenberg. Aber macht euch die Kirche nicht das Leben zur Hölle? Die Katholiken sind meine besten Kunden. Je bitterer der Zwist ist, desto mehr verlangt man nach dem Buch. Ja. Jetzt, wo der Bibel lesen kann, will er nicht als Spektakel. Das hier solltet ihr drucken. Mathematik, Trigonometrie, Astrologie, die ewigen Wahrheiten. Nürnberg ist neben Augsburg einer der wesentlichen Verlagsorte im Alten Reich. Und Petreus ein sehr bekannter Drucker, der eine eigene Intention für Mathematik und Astronomie hatte. Und sich deshalb vielleicht auch die Gelehrten aus diesen Fachbereichen nun mit ihren Schriften bei ihm in Nürnberg gesammelt haben. Das verkauft sich auch in 500 Jahren noch. So lange kann ich nicht warten. Umstritten muss es sein. Da bringt er mich auf einen Gedanken. Habt ihr von einem Nikolaus Kopernikus gehört? Dem Astronomen? Natürlich. Er soll ein Genie gewesen sein. Habt ihr ein Buch von ihm? Ich... Lebt er noch? Oh. Kopernikus lädt noch hier im hintersten Zipfel der Welt. Äh, geduldet euch einen Moment. Bei Petreus liegt seit Jahren ein handgeschriebenes Manuskript. Hier. Das hat mir Johannes Schöner gegeben. Der Gelehrte. Kopernikus hat das geschrieben als junger Mann. Die Astronomen meinen, es sei das Werk eines Genies oder ein Hirngespenst. Das ist ein Mathematikbuch, das ich drucken würde. Nikolaus Kopernikus. Kleiner Kommentar über die Hypothesen der Bewegung der Himmelskörper, die von ihm selbst aufgestellt wurden. Was wir wissen ist, dass Reticus den kleinen Kommentar von Kopernikus gelesen haben muss. Kein Buch, eher ein Manuskript, das Kopernikus vermutlich um 1514 verfasst hat und informell verbreiten ließ. Das war in den Anfängen des Buchdrucks durchaus üblich. Nichts Printing. Was tust du da? Ich lese. Na, was ist schon so dunkel? Es ist Mittag, Nikolaus. Was liest du da? Elia ingitur am conformius has intentio. Du kannst Latein? Ach nein, ich lese bloß, was da steht. Verstehen kann ich es nicht. Es ist durchaus vorstellbar, dass Anna Schilling lesen und schreiben konnte. In den Kaufmannsfamilien gibt es ja nun eine intensive Buchführung über die entsprechenden Geschäfte. Und in der Regel hat man die Ehefrauen in diese Geschäfte durchaus auch integriert. Das heißt, die Familien sind eigentlich die Orte, wo eine intensive, sogar wissenschaftliche Bildung für Frauen und Mädchen möglich gewesen ist. Und was ist das für eine Zahl hier? Medius modus Saturni, 59. Wenn du mir erklärst, was du die ganzen Nächte sinnierst und rechnest, dann helpt ich dir beim Latein. Und was steht da? 100, 330, 0. Anna Schilling lebte in seinem Haus als Haushaltsvorstand, einer Beschließerin, einer Aufschließerin, die über das Personal gewacht hat, die über das Haushaltsgeld, also die Schatulle gewacht hat und letztlich die Einkäufe, aber auch die Gästebewirtung, die Sauberkeit des Hauses, alles organisiert hat. Ganz sicherlich nicht jemand, der sich selbst hingekniet hat und selbst die Dielen geschrubbt hat. Im 900 Kilometer entfernten Nürnberg beginnt sich ein Mann für Kopernikus zu interessieren, der noch eine große Rolle für uns spielen wird. Macht's gut. Hey, es ist Zeit zu gehen. Ungeheuerlich. Die Sonne steht still. Tut sie nicht, es wird bald dunkel. Ich muss zu diesem Kopernikus. Ein Buch, sagt ihr, habe er darüber geschrieben. Leider nein. Nur zu gerne würde ich so etwas veröffentlichen. Wenn er seine Thesen belegen kann, dass die Sonne in der Mitte des Universums steht, wo finde ich diesen Kopernikus? Er lebt im hintersten Zipfel der Welt, in Frauenburg. Dahin zu kommen ist gefährlich. Die Reise führt durch die Landen des Deutschordens. Und zum Sterben seid ihr noch zu jung. Da habt ihr allerdings recht. Zu jung, zu klug, ich habe viel vor. Ein Horoskop? Inviolabilis. Frauenburg, sagt ihr? Dann werde ich dort hingehen. Ihr seid verrückt. Im besten Fall werdet ihr ausgeraubt, im schlimmsten. In keiner Weise, geschätzter Petrius. Die Sterne haben gesprochen. Gott hält noch seine schützende Hand über mich. Ich bin ihm wohl doch noch zu wichtig. Inviolabilis. Unverwundbar. Mir kann nichts, uns Verein überhaupt gar nichts widerfahren. Redigus hat die Sprengkraft der frühen Kommentare von Kopernikus erkannt. Er macht sich durch die deutschen Lande auf dem Weg an die Ostsee. Die Reise ist gefährlich. Doch Reticus ist von Kopernikus' Ideen fasziniert und fühlt sich durch sein Horoskop gestärkt. Es ist natürlich sehr speziell, dass dieser reformatorische Gelehrte direkt von der Hochburg der Reformation, Wittenberg, zu dem Domherrn, dem katholischen Domherrn in Frauenburg kreiste. Hier hat Kopernikus 30 Jahre lang allein die Sterne beobachtet und den Lauf der Welt berechnet. Wie hast du in der schäbigen Kammer so viel Zeit verbracht? Wie lange ich schon nicht mehr hier war? Ich passe kaum durch die Luke. Die Jahre haben mich verbogen. An klaren Tagen und Nächten habe ich von hier die Sonne und die Sterne beobachtet. Was sind das für Zahlen? Berechnungen. Notizen. Aber warum an die Wand? Papier ist teuer und es hat Flügel. Wände sind unverrückbar. Meine Rechenfehler bleiben hier in Frauenburg. Welche Weber? Anna. Siehst du die Sonne? Jeden Tag zieht sie ihre Bahn. Und jedes Jahr wandeln die Planeten über den Himmel. Aber einige von ihnen, Venus, Mars, Saturn, sie drehen sich wie von unsichtbarer Hand gesteuert in einer Schleife. Und als ich jung war, hatte ich eine Eingebung. Wenn ich richtig rechne, dann weiß ich, dass sie stimmt. Ich habe alles ganz genau durchgerechnet. Nachgemessen. Merkur ist ein wunderlicher Planet. Bis hierhin. Alles richtig. Hier. Richtig. Und daran falsch. Alles vollkommen falsch. Das Alter mag meine Sinne stumpfen, aber mein Geist ist noch scharf. Von welcher Eingebung sprichst du? Dass die Sonne still steht. Es ist die Erde, die sich dreht. Und die Sonne. Und das willst du dem Bischof erzählen? Nein. Die Welt würde Kopf stehen. Man würde mich auslachen. In dieser Zeit war man noch sehr verhaftet in dem antiken Weltbild. In der Vorstellung, die Erde ist Mittelpunkt, umgeben von Himmelssphären, alles in irgendeiner Weise göttlich, ordentlich sortiert, auf Kreisbahnen. Man sieht aber im Laufe eines Jahres, dass die Planeten vor dem Hintergrund der Sterne weiter wandern, manchmal vorlaufen, stehen bleiben, rückwärts laufen, stehen bleiben, wieder vorlaufen. Und in der Antike war das erklärt worden, dadurch, dass die Planeten auf sogenannten Epizykeln laufen, also Kreise auf Kreisen, um dieses zu erklären, um überhaupt die Position der Planeten voraussagen zu können. Und für Kopernikus, oder mit seiner Beobachtung, mit seinen Schlussfolgerungen, war das Entscheidende zu sagen, er sucht ein einfacheres Modell. Und dieses einfachere Modell war, die Sonne ins Zentrum zu setzen. Denn wenn wir mit der Erde um die Sonne herumlaufen und andere äußere Planeten überholen auf der Innenbahn, dann ist das leicht zu erklären, warum Planeten stehen bleiben, rückwärts laufen, stehen bleiben, wieder in die richtige Richtung laufen. Wenn man sie über Monate und Jahre hinweg am Himmel verfolgt, stellt man fest, dass die Planeten eine seltsame Akrobatik am Himmel vollführen. Sie bewegen sich aufeinander zu und neigen dann dazu, stehen zu bleiben oder sogar umzukehren, was die Astronomen schon lange in den Wahnsinn treibt. Datiskus, Rom will meine Berechnungen sehen. Was soll ich bloß tun? Den Kalender neu rechnen sollst du, Nikolaus, nicht die Welt aus den Lager heben. Ich kann nicht das eine vom anderen trennen. Willst du wirklich die Sonne anhalten? Ich lese nur, was in den Zahlen steht, wenn sie bloß stimmen würden. Kopernikus ist ratlos und kommt mit seinen Berechnungen nicht weiter. Noch ahnt er nicht, dass bereits Hilfe unterwegs ist. Doch Rhetikus' Reise ist düster und gefährlich. Die Truppen des Deutschen Ordens wütten noch immer, obwohl das Ärmland bereits seit dem Frieden von Thorn 1466 zur polnischen Krone gehört. Bei uns in Fraunburg ist es friedlich. Es scheint mir, dass es jedes Jahr heißer wird. Erinnert mich an Italien. Und du hast nie viel von Bologna erzählt? Wie sieht das dort aus? Und wie können die Menschen bei dieser Hitze überhaupt etwas lernen? So genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe viel studiert. Du willst mir nicht sagen, dass du die Universität nie verlassen hast. Wir haben die Sterne beobachtet. Das geht nur nachts. Und diskutiert, gelernt. Tagsüber habe ich oft geschlafen. Ich würde auch gerne nach Italien gehen, um zu studieren. Das würde dir bestimmt gefallen. Italien steht im Zeichen der Renaissance. Die griechische und römische Antike erlebt eine Wiedergeburt. Alte Gelehrsamkeit wird in Italien neu entdeckt. Astronomie und Kartografie verzeichnen einen seit 1500 Jahren nicht gekannten Aufbruch. Erste moderne Weltkarten entstehen. Und der Blick richtet sich auf immer fernere Welten im All. Wissenschaftler sind Universalgelehrte. Wenn man eine höhere Ausbildung haben wollte, musste man sieben klassische Themen lernen. Unter anderem die Astronomie. Wir können also davon ausgehen, dass in dieser Zeit jeder, der studierte, auch ein fundiertes Grundwissen, eine fundierte Allgemeinbildung zum Thema Astronomie hatte. Wir wissen, dass Kopernikus in Bologna mit Dominic Navarro in Kontakt kam. Navarro war sein Lehrer und ein hoch angesehener Professor für Astronomie und Astrologie. Wahrscheinlich sind damals die Grundlagen der heliozentrischen Theorie, die sogenannten Kommentare, entstanden. Sie wurden unmittelbar nach Kopernikus' Rückkehr aus Italien geschrieben. Das Material stammt aus Beobachtungen, die er in Italien gemacht haben muss. Dass die Erde rund ist, daran zweifelt niemand mehr. Und auch, dass sich die Erde um die Sonne dreht, liegt in der Gedankenwelt der italienischen Gelernten längst im Bereich des Möglichen. Columbo segelt auf dem Weg nach Asien in Richtung Westen. Durch Zufall entdeckt er dabei eine neue Welt. Fernando Magellan startet mit fünf Schiffen eine Weltumsegelung. Er verstirbt unterwegs und nur ein Schiff mit 18 Seeleuten erreicht den spanischen Heimathafen. Mit dieser Umrundung erbringen die Überlebenden den Beweis, dass die Erde eine Kugel ist. Das mitgebrachte Wissen ist Geheimsache und wird von den Königen Portugals und Spanier sorgsam gehütet. Das weiß auch die katholische Kirche. Ihr Weltbild gerät ins Wanken und sie will ihre Macht demonstrieren. Eine solche Institution braucht Repräsentation und Präsentation innerhalb der Gläubigen. Und das können sie sehr gut durchbauten. Und deswegen holt sich die Kirche unter anderem für einen Bau wie den Petersdom auch die Vorstellung des richtigen Zeitpunkts seiner Errichtung. Indem zum Beispiel durch Julius II. ein Horoskop in Auftrag gegeben wurde für den richtigen Baubeginn. Der 18. April 1506 gebot eine Konstellation von Merkur, Venus und Sonne. Die war genial und entsprach ganz genau dem Geburtshoroskop von Jesus. Und das sah man als eine Konstellation im Sternen oder im Himmel an, die eine Konkordanz zu dem bot, was man irdisch plante. Eben das größte und pompöseste Bauwerk für Gott. Kopernikus verkehrt mit den wichtigsten Gelernten in seiner Zeit. Diese Zeichnung, dieser Stich aus der ikonografischen Sammlung des Museums Kopernikus, ist besonders interessant. Faszinierend, weil er Kopernikus' Stellung in der italienischen Welt der Gelehrten symbolisch zusammenfasst. Ein weiterer wahrscheinlicher Treffpunkt für die Intellektuellen und Humanisten der damaligen Zeit, an die sich Kopernikus wandte, ist der Hof von Alessandro Farnese, dem späteren Papst Paulus III. So erzählte Kopernikus an dem Ort, an dem heute der Palazzo Farnese steht, im Jahr 1500 von Aspekten seiner Forschung und sogar von seiner heliozentrischen Theorie. Vielleicht nicht von Michelangelo, aber hier haben wir Leute wie Leonardo da Vinci oder Perugino oder wie Bramante, den grossen Architekten. Da Vinci hat mit seinem Bild vom vitruvianischen Menschen nicht nur eine anatomische Studie gefertigt, vielmehr steht das Quadrat für das Irdische und der Kreis für das Göttliche. Diese Verbindung von mathematischen Modellen und religiöser Sinngebung prägt Kopernikus in ganz besonderem Masse. Die Mathematik ist für ihn der Weg, um Gottes Schöpfung zu verstehen. Kopernikus ist die große Revolution. Er ist der Übergang im Bewusstsein des Universums von der antiken Welt zur modernen Welt. Er ist wirklich der Riese, auf dessen Schultern wir modernen Wissenschaftler, modernen Astronomen klettern konnten, um das Universum zu studieren. Aus den Zentren der italienischen Renaissance geht Kopernikus zurück in unsere Provinz. Nach seiner Rückkehr nach Polen ließ sich Kopernikus in Heilsberg nieder, der Residenz eines Onkels, Bischof Lukas, und blieb dort wahrscheinlich bis 1510. In dieser Zeit war er Sekretär des Stadtrats. 1510 wird Kopernikus Domherr in Frauenburg. Nachts widmet er sich seinen astronomischen Studien. Kopernikus hatte nach seiner Rückkehr nach Polen eigentlich keinen Kreis von Menschen, mit denen er seine Arbeit diskutieren konnte. Er war vor allem ein Mann, der zur Einsamkeit verdammt war. Allein und auf sich gestellt, wächst in Kopernikus die Angst vor der Kirche. Es gibt Zensur, insofern als der Papst einen Index führt der verbotenen Bücher. Und wer auf diesem Index landet, der erhält ein Schreibverbot, möglicherweise auch kerkerhaft. Sehr häufig ist das Ganze mit Flucht ins Ausland verbunden. Möglicherweise wollte sich Kopernikus auch sehr sicher sein hinsichtlich seines Werkes, denn es ist nicht ganz ungefährlich gewesen. Kopernikus verzweifelt immer mehr, weil er sich die Fehler in seinen Berechnungen nicht erklären kann. Vielleicht hat er auch gesehen, dass seine Berechnungen gar nicht genau die Planetenpositionen voraussagen können, weil er eben von Kreisen ausging. Er selbst hat seine Mathematik noch verändert, um wiederum Epizykel, also Zwischenkreise einzuführen und Ungenauigkeiten zuzulassen, um seine neue Theorie mit den Beobachtungen in Einklang zu bringen. Er war sich vielleicht einfach unsicher mit dem, was er dort beobachtet oder geschlussfolgert hat. Mit seinen Beobachtungen am Himmel kommt Kopernikus nicht mehr weiter. Zu Kopernikus Zeiten wurden Beobachtungen im Wesentlichen mit dem bloßen Auge gemacht. Es waren Vermessungen des Himmels und es waren Messungen von Winkeln. Unser Astronom benutzte Holzinstrumente. Es sind im Grunde Visiere, durch die man die Sterne beobachtet und auf diese Weise ihre Höhe über dem Horizont und auch ihre gegenseitigen Entfernungen von einem Stern zum anderen bestimmt. Man konnte Winkel messen und mit dieser Skala konnte man bei richtiger Ausrichtung die Höhe des Sterns über dem Horizont und die Entfernung zwischen den Sternen bestimmen. bis auf den Psalmkirchen Warum heiratet ihr den Kopernikus denn nicht? Es ist ja nicht verboten. Die Kirche würde ihn in das am weitesten entfernte Bistum versetzen. Außerdem habe ich bereits eine Scheidung hinter mir. Das reicht mir vollkommen. Eine Ehe ist grundsätzlich in der Frühnauzeit, auch im Mittelalter, dient einem einzigen Zweck, dem Erhalt der Menschengattung, letztlich dem Erhalt der Familie. Das heißt also, um Nachkommen zu zeugen. Wenn sich herausstellt, dass also sozusagen ein Teil der Ehepartner impotent, und zeugungsunfähig ist, dann kann letztlich die Ehe eigentlich ja zu diesem Zweck, zu dem sie geschlossen wurde, nicht vollzogen werden. Man weiß allerdings, dass viele Paare, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr miteinander konnten, sich gutwillig darauf geeinigt haben, zu behaupten, dass einer der beiden Partner eben genau die Ehe nicht vollziehen konnte. Und auf diese Weise ist es wieder zu Trennungen gekommen. Ob das hier bei Anna Schilling und ihrem Gatten der Fall war, das lässt sich nicht mehr nachvollziehen anhand der Quellen, aber auf jeden Fall ist ihre Ehe offensichtlich wohl annulliert worden. Und damit ist sie eigentlich in einem ledigen Status zurückgekehrt. Wie lange dauert das noch? Wir sind fertig für heute. Das meinte ich nicht. Wie weit seid ihr mit euren Berechnungen? Schon vor Wochen wolltet ihr mir etwas zeigen. Wolken. Was sagt ihr? Wolken vor den Sternen, Nebel vor der Sonne. Ich kann einfach nicht sehen. Ich sehe, dass ihr mich inhaltet. Ihr habt neue Kleidung. Gibt es außer Wolken noch ganz irdische Dinge, die euch von der Arbeit abhalten? Verbotene Dinge? Nein, die gibt es nicht, mein Bischof. Dantiskus weiß genau, wovon er spricht. Er hat zwei unehrliche Kinder. Der Mensch isst Fleisch. Und letztlich das Fleisch sündig. Und es hat nun mal ein Begehren. Und es hat auch logischerweise das Ziel im Irdischen, eine Liebe zu finden. Die alte Kirche, die katholische Kirche, hat das toleriert. Und toleriert heißt nicht, wie im 18., 19. Jahrhundert oder heute, akzeptiert, im positiven Sinne. Sondern im 15., 16. Jahrhundert spricht man von Tolerare, von Erdulden. Noch lässt Dantiskus uns in Ruhe. Aber es soll nicht so bleiben. Vier Wochen benötigt Reticus für den Weg von Nürnberg nach Frauenburg. Was tut ihr da? Runter mit euch! Seid ihr Kopernikus? Wer seid ihr? Reticus mein Name. Mathematiker, Professor. Kopernikus projiziert Woche für Woche mit Hilfe eines Spiegels den Tagesverlauf der Sonne an unsere Hauswand. So kann er zeigen, dass die Erde in einem Neigungswinkel von 23,5 Grad um ihre eigene Achse rotiert. Und sich gleichzeitig einmal im Jahr um die Sonne dreht. Wer schickt euch? Und hier habt ihr den Stand der Sonne aufgezeichnet, um die Neigung der Erde zu berechnen. Die Neigung der Erdachse, tatsächlich. Woher wisst ihr das? Und welche Neigung habt ihr berechnet? Das Ergebnis muss noch verbessert werden. Sicque Terram pluribus mortibus ferri. Die Erde hat mehr als eine Bewegung. In eurem Büchlein steht, dass die Erde um die Sonne kreist. Ja. Eine Idee, niedergeschrieben im Leichtsinn unbekümmelter Jugend. Ich habe sie nicht weiter verfolgt. Nein? Die Zahn sind ungenau. Die Berechnungen entsprechen nicht meinen Beobachtungen. Vielleicht braucht ihr die Hilfe eines Mathematikers. Was meint ihr damit? Ich bin weit gereist. Es ist bald Nacht und ich sollte unterkommen. Wollt ihr mich nicht einladen? Einladen? Im Gegenzug könnt ihr meine Formelbücher benutzen. Formelbücher? Der Almagest. Das wichtigste Buch der Astronomie. Eine neue Übersetzung aus dem Griechischen. Nun, denn ihr könnt gerne mein Gast sein. Danke, Herr Kopernikus. Wie war euer Name nochmal? Georg Joachim Reticus. Ich denke, Kopernikus hat die Revolutionibus 30 Jahre lang nicht veröffentlicht, weil er wusste, dass er eine interessante Theorie hatte, die er noch nicht beweisen konnte. Er wusste, dass noch mehr Arbeit zu leisten war und dass es sowohl physikalische Probleme gab, als auch Konflikte mit der Bibel. Das ist eine neue Übersetzung des Almagest. Das ist unendlich kostbar. Zahlenkolonnen. Zahlenkolonnen? Der Almagest von Ptolemäus. Das schönste Werk, was menschliche Hände je erschaffen haben. Wie könnt ihr so etwas schmähen? Und wer seid ihr? Reticus. Mathematiker. Wo kommt ihr her? Ich lehre an der Universität in Wittenberg. Aus Wittenberg? Lutheraner? Ich bin kein Priester. Ich bin Mathematiker. Ich bin sogar Professor dieses Fachs. Ich war jetzt zu jung. Nun, Gott hat mir die Gabe der Erkenntnis in die Wiege gelegt. Ist das eine Abhandlung über Trigonometrie? Das Werk war mir gänzlich unbekannt. Mit Verlaub. Ich bin selbst ein exzellenter Kenner der Gesetze des Dreiecks und ihrer Anwendung. Mhm. Kopernikus? Ja? Ich muss mit dir sprechen. Mhm. Wo hast du ihn aufgegabelt? Ist er wirklich Lutheraner? Er stand auf einmal vor der Tür und offenbar ist er tatsächlich von Wittenberg den weiten Weg hierher gereist. Den Grund für die Strapaze habe ich auch nicht verstanden. Aber du weißt, was dein Diskus vor dem Lutheranen hält. Wenn er hier bleibt, kann er wegen Kitzerei verhaftet werden. Anna, ich kann ihn doch nicht davon jagen. Da außen ist es schon finster. Außerdem sind wir auch Christen. Gut. Ich richte ihm ein Bett. Aber er sollte ihn alle früher weiterreißen, wenn ihm seine Freiheit lieb ist. Er hat mich gebeten, ihn als Schüler aufzunehmen. Zeit, wann hast du Schöpfen? Anna, er ist Mathematiker. Vielleicht kann er mir helfen. Nein, bitte. Natürlich kann ich helfen. Wer, wenn nicht ich? Drei Monate hattet ihr mir versprochen. Jeden Fehler auszumerzen braucht seine Zeit, Exzellenz. Ich habe meine Quellen in Fromburg. Verschwendet nicht eure Zeit mit einem Buch über Hirngespinste. Kopernikus soll den Kalender 9 berechnen. Aber er hat längst etwas viel Größeres entdeckt. Die Erde dreht sich um die Sonne. Ein gefährlicher Gedanke, den Kopernikus nur wenigen anvertraut. Mein Ergebnis lautet 23 Grad und ein halbes. Das ist auch mein Resultat. Ist das ein Wettrennen? Nein, ich kann euch das nicht erklären. Das ist zu kompliziert. Hohe Mathematik. Lasst mich raten. Ihr berechnet beide auf verschiedenen Wegen und vergleicht die beiden Ergebnisse. Wenn ihr übereinstimmt, liegt ihr richtig. Ja. Für eine Frau seid ihr sehr gebildet. Herr Professor, seid ihr recht dumm, eure Gastwirten zu beleidigen? Verzeiht meine Unbedachtheit. Kopernikus hatte schon vieles niedergeschrieben, aber es war einfach noch nicht in eine Form gebracht, wo man das hätte veröffentlichen können. Und der junge 25-Jährige, damals eben aufgetaucht beim 67-Jährigen, hat ihn eben dazu gedrängt, sein Manuskript noch so weit zu bringen, dass man es drucken könnte. Was habt ihr mit diesen 23 Grad vor? 23 Grad und ein halbes. Wir vergleichen das Resultat mit unseren Beobachtungen. Kopernikus hat Hunderter von diesen angestellt. Aha, und wenn Beobachtung und Rechnung übereinstimmt? Das beweist, dass Kopernikus' Ideen und meine Rechnung richtig sind. Ihr hattet recht. Eure Methode ist viel genauer. Das war doch nur ein einfaches Beispiel. Bringt doch mal etwas richtig Schwieriges. Warum berechnen wir nicht gleich die Bahnen von Venus und Mars? Fantastisch! Auf die Kopernikanische Revolution blicken die Menschen aus vielen Gründen zurück. Sie hat unseren Blick auf den Kosmos völlig verändert. Bevor Kopernikus um das Jahr 1500 veröffentlichte, lebten wir in einem endlichen Kosmos, in dem die Erde im Mittelpunkt stand und sich alles in perfekten, unveränderlichen Kreisen um sie herum bewegte. Es gab eine absolute Zweiteilung zwischen dem Bereich der Erde mit Veränderung, Wachstum und Verfall und dem Bereich des Kosmos, in dem Dinge unveränderlich sind und sich in dieser perfekten, kreisförmigen Symphonie in festen, kristallinen Kugeln bewegen. Das war das Universum, das für die Menschen Sinn ergab. Hier ein Meilenstein der Mathematik, nämlich die ersten trigonometrischen vollständigen Tabellen der Geschichte von Reticus. Das war dann die Grundlage für alle Winkelberechnungen bis Mitte des 20. Jahrhunderts, eigentlich bis zu den Anfängen der Raumfahrt. Tag und Nacht sind Kopernikus und Reticus am Messen und Berechnen. Kopernikus ist verzweifelt, denn ihre Berechnungen stimmen mit den Beobachtungen nicht überein. Der größte Irrtum Kopernikus lag daran, dass er annahm, Planeten würden sich auf perfekten Kreisen um die Sonne herum bewegen. Dadurch gab es auch Rechenfehler, dadurch gab es Ungenauigkeiten in seinen Vorausberechnungen, denn Planeten laufen auf Ellipsen. Wenn sie dichter an der Sonne sind, laufen sie schneller, wenn sie weiter weg sind, laufen sie langsamer. Rom fragt nach euren Fortschritten in Sachen Kalender. Ihr habt versprochen, Kopernikus Ergebnisse zu berichten? Kopernikus ist fortgeschritten in Jahren, er arbeitet stetig, aber langsam. Aber mein hochverehrter Gast, wie geht es euren Füßen? Dank eurer Sorge, Bischof Dantiskus. Tatsächlich schon viel besser. Standhaftigkeit ist eine der vielen Entbehrungen, die mein Amt fordert. Ist nicht Standhaftigkeit die wichtigste Tugend? Die rechte Haft, Legatius. Die Mauer und das Grundwerk der kirchlichen Moral? Wie ihr sagt. Hat nicht die Kirche große Geduld gezeigt mit der menschlichen Schwäche? Die Güte der Kirche ist unermesslich. Und ist strenger, nicht ein Bruder der Geduld? Klug, erkannt, werter Legatius. Und haben nicht wie die Pflicht, streng vorbildlich zu leben? Absolut. Und der Ketzerei der Lutheraner Einhalt zu gebieten? Wie wahr. Was werdet ihr also gegen die Anhänger Luthers unternehmen, Bischof Dantiskus? Wie, was meint ihr? Was ist mit Lutheranern? Wir sprachen von Kopernikus. Auf dessen Ergebnisse wir immer noch warten. Ein gut gemeintes Angebot, aber die Zeiten werden rauer. Bischof, Rom wünscht, dass wir im Kampf gegen die grassierende Ausbreitung der Anhänger Luthers unseren Pflichten als Priester nachkommen. Dantiskus ist ein Lebemann. Wo Venus und Bacchus ihr küstliches Feste bereiten, lasse ich mich gerne nieder, verkündet er vollmundig in einem seiner Gedichte. Das eigentliche Ziel ist ja aber, irdisch ein Vorbild zu sein. Dass die alte Kirche, wie man sie später nennt, die katholische Kirche, genau dieser Pflicht nicht mehr nachgekommen ist, das sehen wir letztlich an Luthers Kritik, der ja vom Saufen und vom Huren sprach. In ganz Europa heißt es, wir tun alles, um die Protestanten einzudämmen. Auch bei uns, im hintersten Winkel des Ärmlandes. Die Bischöfe werden von Rom dazu verdonnert, ein vorbildliches Leben zu führen. Die köstlichen Feste mit Venus und Bacchus sind vorbei. Wie eine göttliche Drohung kommt eine Dürre über das Land. Die Hitze bringt alles auf Erden zum Stillstand. Kein Tropfenregen monatelang. Die Sonne brennt. Es scheint, als ob der Himmel Kopernikus für seine Entdeckungen verhöhnen will. Hol Anna, sie soll Wasser mitbringen. Wann hat er zuletzt getrunken? Es ist gut. Zum Glück nichts Schlimmes. Es geht ihm schon besser. Hilft ihm auf. Hilft ihm auf. Hoch mit ihm. Es ist zu heiß. Du musst mehr trinken. Geh nach Hause. Halt dich von der Sonne fern. Nimm dir mit. Geht. Geht. Ist gut. Argwohn und Misstrauen verbreiten sich unter den Menschen. Ist das die Strafe Gottes? Offenbar hat es über elf Monate praktisch nicht geregnet. Das weiß man aus Wetteraufzeichnungen, die noch existieren. Das konnte man teilweise aus Baumringen rekonstruieren. So eine ganz, ganz ungewöhnliche Wetterlage, die Europa in eine enorme Katastrophe geführt hat. Es gab kein Wasser mehr. Die Flüsse führten kein Wasser. Es gab natürlich enorm Hunger. Irgendwann kamen dann die Feuerwellen. Die Wälder haben angefangen zu brennen. Das Leben der Menschen wird auf eine harte Probe gestellt. Es herrschen große Not und Unsicherheit. Werden sie auch bei Kopernikus und mir die Schuld suchen? Sei vorsichtig, Nikolaus. Die Leute reden. Worüber denn? Sie suchen den Schuldigen. Sie haben genug zu reden. In der Regel hat die Kirche das als Strafe Gottes gewertet, als wiederum spiegelbildliches Reagieren Gottes auf die Verderbtheit der Welt, also auf den Frevel der Menschen, ihre Lebensführung, ihre Vergehen und Ähnliches. Auch Rätikus kann sich der erdrückenden Situation nicht entziehen. Es ist neue Nahrung für seinen Aberglauben. Immer wieder befragt er seinen magischen Kreisel, an den er seit seiner Kindheit glaubt. Moritz. Moritz. Tod. Moritz. Ist euch die Hitze zu Kopf gestiegen? Ich will doch nicht sterben. Ihr fantasiert. Rätikus. Ihr habt Fieber. Das ist kein Fieber. Ihr müsst euch nur ausruhen. Ich werde sterben. Der Kreisel. Aberglaube gibt es eigentlich immer und überall im Mittelalter, in der Frühneuzeit. Und man versteht darunter eigentlich alles das, was weg von dem kanonischen Diktum der Kirche ist, also sich sozusagen in Grauzonen, Randbereichen oder eigenen Entwicklungen des Glaubens äußert. Anna? Hattest du wieder einen Albtraum? Ich habe Sterne gesehen. Sterne größer als die Sonne. Vielleicht hat dir Gott eine Botschaft geschickt. Oder was soll sie bedeuten? Kopernikus hat als Teil seiner Lehre unter anderem geschrieben, dass die Fixsterne unbewegliche Sterne seien und sie seien viel, viel weiter weg als die Erde von der Sonne. Die Fixsternsphäre, aber die letzte Sphäre wäre, bevor die Sphäre anfinge, wo Gott und die Engel seien. Damit haben wir klare Angaben dessen, wo Gott wohnt. Eine Adresse des Paradieses. Und das ist das Gefährliche, was letztlich für die Kirche zum Aberglauben wird, zum Aberglauben stilisiert wird, weil es quasi alternative Zugänge zu Gott ermöglicht. Im Herbst kommt endlich der Regen zurück. Die Menschen atmen auf. Der Zorn Gottes ist verflogen. Die mathematischen Berechnungen von Rhetikus werden immer genauer und stützen die astronomischen Erkenntnisse von Kopernikus. Rhetikus, habt ihr diesen Stapel schon korrigiert? Das muss ich noch durchsehen. Nehmt euch nur die Zeit, die ihr braucht. Es hat keine Eile. Natürlich eilt es. Johannes Petreus kann es nicht erwarten, euer Buch zu drucken. Drucken? Wie kommt ihr darauf, dass ich ein Buch drucken lassen will? Was? Meine Erkenntnisse sind nur für den Papst und andere Gelehrte bestimmt. Aber wie sollen denn diese anderen Gelehrten von eurer Arbeit erfahren? Rhetikus? Ein Buch, von dem man einfach 20 Exemplare drucken könne? Die jeder dann frei erwerben darf? Wollt ihr mich zum Spott der Menschen machen, die mich nicht verstehen? Wir schreiben ins Vorwort, dass das Buch nur für Mathematiker ist. Auf keinen Fall. Ich will nur meine Berechnungen bestätigt sehen. Kein Buch! Habt ihr mich verstanden? Kopernikus wird von Tag zu Tag nachdenklicher. Was bedrückt dich, Nikolaus? Rhetikus. Rhetikus. Er ist verrückt. Er will, dass ich ein Buch drucken lasse. Rhetikus versichert mir täglich, dass deine Ideen bahnbrechend sind. Die Kirche wird sagen, es sei ketzerisch und blasphemisch. Aber ich bin weder das eine noch das andere. Wovor hast du Angst? Ich weiß nicht. Vor den Fehlern in meinen Rechnungen. Vor der Kirche. Vielleicht vor Gott. Man wird mich verachten. Misstraust du Rhetikus? Der Hochmund seiner Jugend verblendet ihn. Er ist wirklich ein Guck. Vielleicht sollte er das Buch unter seinen Namen herausgeben. Wie meinst du das? Rhetikus ist ja Lutheraner und somit sowieso ein Ketzer. Wenn nun also ein Ketzer ketzerischer Thesen schreibt, was hast du damit zu tun? Soll die Welt ihn verspotten? Ich dachte, du magst ihn. Aber ich liebe ihn. Wir wissen mit Sicherheit, dass Kopernikus ein sehr religiöser Mensch war und nie unorthodox gelebt hat. In dieser Zeit war die protestantische Reformation in vollem Gange. Aber er hat sich nicht der Reformation angeschlossen. Er war sehr orthodox in seinem Glauben. Er hat sich nicht der Reformation in seiner Geist. Er hat sich nicht der Reformation in seiner Gange aufgedreht. Er hat sich nicht der Reformation in seinen Gange. Er ist ein frommer und wunderbarer Mensch. Es ist die glücklichste Zeit meines Lebens. Doch bald schon ziehen die nächsten Wolken auf. Da ist eine Haushälterin, die keine nahe Verwandte ist. Ich mag eure Schwäche geduldet haben, doch die Zeiten ändern sich. Bevor ihr euch ausflüchtet, Nikolaus, Kopernikus, noch etwas. Da sei ein Lutheraner in Frauenburg. Ein seltsamer Bursche, eitel und bunt gekleidet und man munkelt, er wohne bei Kopernikus. Exzellenz, ich habe mir erlaubt, einen Assistenten einzustellen, der mir bei den Berechnungen für den Kalender hilft. Wisst ihr, was Ketzern droht, die in unser Bistum kommen? Exzellenz, er ist Mathematiker. Die Religion interessiert ihn nicht. Hier ist mein Angebot. Ich brauche Resultate für Rom. Ihr wollt eure Haushälterin behalten. Wenn der Lutheraner uns nützlich ist, behaltet ihn. Aber die Frau muss gehen. Nehmt eine alte Magd. Ich bitte euch, ich will nichts mehr hören. Von mir aus, könnt ihr die Frau danach wieder ins Haus nehmen. Aber Exzellenz! Wir haben eine ganze Reihe von Briefen, die Dantikus an das nähere Umfeld von Kopernikus geschrieben hat. In diesen Briefen geht es immer darum, dass er darauf drängt, dass Kopernikus sich von dieser Haushaltsgehilfen trennen solle. Er spricht tatsächlich von Skrotum, Hure, mit einer Frau einließe und zu geheimen Treffen zusammenkäme, um Unzüchtigkeiten zu begehen. Das ist die Gesamtausgabe aller Briefe und Urkunden von Kopernikus, die wir finden konnten und die ediert und in Übersetzung, das heißt also einerseits Latein und auf der anderen Seite auf Deutsch vorliegen. Und das ist die Ausgabe, mit der die Forschenden, die sich mit Kopernikus und seinem Werk bzw. seiner Nachwirkung, seiner Rezeption beschäftigen, heutzutage arbeiten. Eigentlich das wichtigste Quellenmaterial, was wir Historikerinnen und Historiker überhaupt haben. Was wolltest du mir sagen? Anna, es ist nicht einfach. Weißt du, der Bischof will das Buch zu Ende gebracht sehen, aber er hat ein Mandat erlassen zur Einhaltung christlicher Vorbilder. Rettikus muss weg. Er verbietet Haushälterinnen. Was sagst du da? Ich soll wieder weg. Ich konnte nichts tun, Anna. Es ist doch nur für kurze Zeit. Sobald ich die Kalenderberechnungen fertig habe, weißt du, dann... Rettikus kann bleiben. Nur bis die Rechnungen fertig sind. Und ich soll gehen. Weißt du noch, was du mir versprochen hast? Hast du schon vergessen, wie viel ich dir geholfen habe? Wenn du mich jetzt wegschickst, dann ist das für immer. Pssst. Anna, es ist doch nur für kurze Zeit. Ich weiß nicht, was deine Arbeit für die Welt bedeutet. Aber ich weiß, was die dir bedeutet. Ich werde nach Danzig gehen, aber nicht wegen des Bischofs. Damit du dein Werk vollenden kannst, das dich so lange geplagt hat. Anna. Meine Schwester hat in Danzig einen angesehenen Kaufmann geheiratet. In deren Haus kann ich leben. Wenn Kopernikus sich entschieden hätte, zu heiraten, dann hätte er seine Ämter als Domherr, seine Pfründen, seine Einnahmen, aber natürlich auch sein Amt als Administrator, seine Tätigkeit, wenn sie so wollen, seine Arbeit, aufgeben müssen und aus dem Kirchendienst ausscheiden müssen. Und das hätte für ihn natürlich einen materiellen Verlust, aber auch einen Statusverlust bedeutet. In den Zeiten vor 500, 600 Jahren war es vielleicht so, dass sie ihr gesamtes Leben geforscht, gesammelt, Daten gesammelt haben und die Schlussfolgerungen erst zum Ende hin veröffentlicht haben. Über 30 Jahre arbeitet Kopernikus an seiner Theorie. Er kämpft mit seinen Zweifeln und mit seinem Glauben. Die Kirche unterstützte die ptolomäischen Theorien, die besagten, dass die Erde der Mittelpunkt der Welt sei. Es war für die Geistlichen der damaligen Zeit eigentlich unmöglich, das Konzept, das Kopernikus vertrat, zu akzeptieren. Eure Körper ist gesund, Exzellenz. Es sind die Gedanken bloß, die euch Leiden bereiten. Die Mätresse, ist die fort? Ja, sie ist fort. Ihr wisst, sobald ich eure Ergebnisse nach Rom schicke... Die Berechnungen sind nicht einfacher geworden. Kopernikus, ihr opfert eure Frau für ein paar Kalenderrechnungen. Seit Monaten vertröstet ihr mich. Was genau ist euer Problem? Was für ein Geheimnis habt ihr in euren Rechnungen gefunden? Exzellenz, es scheint, als würde sich die Erde um die Sonne drehen. Ein Rechentrick. Vielleicht ist es die Wahrheit. Absurd. Die Sonne geht auf, sie geht unter. Würde die Erde um die Sonne fliegen, würde der Wind uns die Haare zerzausen. Unsinn. Kopernikus. Ihr sollt den Kalender reformieren. Steigert euch nicht in etwas hinein. Die Welt ist unverrückbar. Ja, aber die Zahlen sagen etwas anderes. Zahlen, Zahlen auf Papier. Erwartet ihr, dass ich einem Buch Glauben schenken soll? Ja, man fragt sich heute, warum das so lange gedauert hat, dass man die kopernikanische Einsicht akzeptieren konnte. Aber man muss sich erst mal vor Augen halten, dass sie sehr kontraintuitiv war. Schon allein die rotierende Erde widerspricht einfach völlig unseren Alltagserfahrungen. Man merkt ja von der Rotation nichts. Insofern, warum sollte man davon ausgehen, dass das tatsächlich so ist, wenn man überhaupt keine Anhaltspunkte auf der Erde dafür beobachten kann. Jahrtausende lang hat die Astrologie das Bild von menschlichen und göttlichen Dingen geformt. Und das soll alles nicht stimmen? Wenn wir uns alte Aufzeichnungen anschauen, dann ist es ja so, dass wir Menschen wohl schon immer fasziniert waren von dem Blick in den Sternenhimmel. Wir immer versucht haben, ja, Muster zu erkennen, zu ergründen, was wir dort am Himmel sehen. Ob das Sternschnuppen waren, Kometen waren, Polarlichter, Sonnenfinsternisse. Und wir immer versucht haben, das, was am Himmel passiert, mit den Ereignissen auf der Erde in Einklang zu bringen. Kopernikus versteht die Welt besser als jede andere. Doch die Deutungshochheit über Himmel und Erde beansprucht die Kirche für sich. Wir sprechen vom Primat der Theologie über allen Wissenschaften. Jeder andere, sei es die Mathematik, die Physik, die Astronomie, die Astrologie, das sind alles nur letztlich dienende Wissenschaften, die aber niemals einen Zugang zu Gott, einen Weg zu Gott in irgendeiner Form beanspruchen dürfen. Es sind erkennende Wissenschaften, Wissenschaften, die auf Beobachtung beruhen, aber sie können letztlich niemals eigentlich eine eigene Deutung vornehmen, sondern sie arbeiten letztlich immer nur der Theologie zu. Und so werden sie auch gebraucht seitens der Kirche. Kopernikus gilt als der erste Wissenschaftler, der in seiner Arbeit vollständig wissenschaftliche Forschungsmethoden anwandte. Kopernikus lehnte die damals gängigen Methoden der Vernunft ab und stützte sich auf Experiment, Erfahrung und Empirie. Anstatt nur über den Zweck seiner Forschung nachzudenken. Schluss mit der Rechnerei. Wir wissen genug. Die Zeit ist jetzt. Lasst uns zum Drucker gehen. Die Kirche wird das Buch verbrennen. Vielleicht. Aber drucken müsst ihr es trotzdem. Das Manuskript ist bereit. Ein paar einführende Worte noch. Eure Anna hatte doch einen guten Vorschlag. Lasst mich ein kleines Traktat in meinem Namen schreiben. Ich werde euer Buch ankündigen. Das hat sie euch gesagt? Natürlich. Eine ausgezeichnete Idee. Wir werden sehen, ob die Gelehrten mich auslachen. Das wollt ihr wirklich tun? Euren Namen riskieren? Ich riskiere nichts. Ihr bringt die Menschen ein kleines Stück näher an die Wahrheit. Und ich helfe dabei. Ich gehe nach Danzig. Wie, Danzig? Dort gibt es eine Druckerei. Wartet. Könntet ihr vielleicht nach Anna sehen? Sie lebt bei ihrer Schwester. Glaubt ihr, sie wird einen Ketzer empfangen? Reticus hat eine Zusammenfassung geschrieben der Ideen von Kopernikus. Und sein Ziel war, mit diesem Buch, mit dieser Narratio Prima, diesem ersten Bericht, überhaupt auf das Buch hinzuweisen, das bald einmal kommen werde. Auch das ein Novum in der Wissenschaftsgeschichte, ein Buch, das eigentlich nur dazu bestimmt war, darauf hinzuweisen, was jetzt dann kommt. Nach einem Jahr bekomme ich einen Brief und erfahre, dass Nikolaus einen Schwächeanfall hatte. Ich mache mich auf den Weg nach Frauenburg. Ist er mit seinem Werk vorangekommen? Wie geht's dir, Nikolaus? Anna, es ist nur Fieber, weiter nichts. Ich bin so froh, dich zu sehen. Reticus, zurück aus Danzig. Sagt mir, hat die Narratio Prima Anklang gefunden? Ich bringe gute Nachrichten. Die Narratio wird umhin gelobt. Und? Bezichtigt man uns der Ketzerei? Vatikan, Bischof? Kein Protest, viel Interesse. Ansonsten Stille. Absolute Stille. Ist das nicht herrlich? Dann wird alles gut. Wirst du bleiben, Anna? Ja, der Ketze hat mich überredet. Ich habe ihm zu danken. Betreus wartet jetzt auf das Manuskript von Kopernikus. Nur die Wahrheit darf sprechen. Kein Händel, nichts wird abgeschwächt. Du wirst dein Buch herausgeben, Nikolaus. Ja. Dann lasst er sich länger warten. Dieses Buch ist sehr gut aufgenommen worden, denn es musste schon ein Jahr danach eine zweite Auflage gedruckt werden. Und das hat sicher Kopernikus auch beflügelt, an seinem Manuskript weiterzuarbeiten und es zur Druckreife zu bringen. De revolutionibus armium coelustium. Ihr war die Umlaufbahn der Himmelssphären. Ich stehe auf ewig in eurer Schuld. Ich in eurer. Denn ihr wart nicht nur der beste Lehrmeister, den ich mir hätte wünschen können. Ihr nahm mir auch die Angst vor einem frühen Tod. Liebt wohl. Und gebt mir acht auf euer Gepäck. Ich werde es hüten wie meinen Augapfel. Reticus fehlte eine starke Vaterfigur. Die Art, wie Reticus über Kopernikus schrieb und der große Altersunterschied zwischen den beiden könnten dazu geführt haben, dass sie im Laufe der Jahre eine Art Vater-Sohn-Beziehung aufbauten. Endlich hat Kopernikus gewagt, sein Buch De revolutionibus orbium coelustium über die Kreisbewegungen der Himmelskörper zu veröffentlichen. Das Werk wird in Nürnberg bei Petreus gedruckt. Musik Hier haben wir das Hauptwerk von Kopernikus in der zweiten Auflage von 1566. Mit diesen berühmten Bildern, den konzentrischen Kreisen der Planetenbahnen rund um die Sonne. Doch ohne das Wissen und die Zustimmung von Kopernikus und Rhetikus steht ein fremdes Vorwort in dem Buch. Wie könnt ihr es wagen? Dieses Vorwort war nicht Teil des Manuskripts. Das Bild ist weder wahr noch falsch. Jahrelang haben wir daran gearbeitet. Ich werde euch verklagen. Ich habe genau das gedruckt, was mir aufgetragen wurde. Und woher kommt dann dieses Vorwort? Ich, Oseander. Petreus war sich sehr wahrscheinlich im Klaren, dass das Verlegen von Kopernikus' Manuskripte Revolutionibus ein brisantes Manuskript war. Und es ist unklar, wie das Vorwort Oseanders zu diesem Werk zustande gekommen ist. Es ist durchaus möglich, dass der Verleger zu Oseander, dem Reformator von Nürnberg und einem hoch angesehenen Theologen, gegangen ist und ihn um ein Vorwort gebeten hat. Man holt sich also eine theologische Autorität, die diesem Werk nichts Gefährliches bescheinigt. Und das ist dann für den Verleger auch im Prinzip eine Art Blankoschein. Dieses Werk kann also gelesen werden. Ich denke, Oseander wollte quasi etwas beschwichtigen, weil er eben meinte, diese Lehre widerspreche der Bibel. Und das sei eben, wenn man das nur so als Hypothese, als geometrische Hypothese darstelle, dann komme es besser an. Gebt mir das Buch. Ich halte das Vorwort von Oseander für den Kommentar eines Theologen gegenüber einem mathematisch-astronomischen Werk. Das ist in dem Sinne keine Abwertung, aber eine Einordnung. Und eine Einordnung, die nochmal ganz klar sagt, dass die Theologie die alleinige Deutung beansprucht. Und alles andere wieder nur als eine hinführende, eine flankierende oder eine unterstützende Wissenschaft sein kann. So viel Lärm um einen Haufen Papier. Unverständlich, unlesbar. Die Gedankenkapriolen eines alten Mannes am Rande der Welt. Verehrte Legatius, wollt ihr nicht hineinschauen? Es ist ein Meisterwerk. Sagt man, ich selbst verstehe es nicht. Der Papst wird hoffentlich zufrieden sein. Das ist das Einzige, was zählt. Es wird den Rom unseres Bistums mehren und den des Papstes sein. Bischof Dantiskus, wisst ihr eigentlich, wie viele Schriften und Bücher dieser Tage in Rom eintreffen? Glaubt ihr wirklich, die Kirche kümmere sich um die verrückten Theorien eines Spinneres in Frauenburg? Und wenn er recht hat, wenn die Erde wirklich um die Sonne dreht? Dann wird der Papst das Buch verbannen. Die Wahrheit steht allein der Kirche zu. Die Kirche will die Wahrheit nicht anerkennen. Doch langfristig löst Kopernikus' Werk eine Revolution aus. Der Wittenberger Mathematiker und Astronom Erasmus Reinhold, der hat Kopernikus als den neuen Atlas bezeichnet. Atlas ist aus der Mythologie ein Titan, der die Erde, die Welt auf seinen Schultern trägt. Und der neue Atlas nun, Kopernikus, der hat die Welt neu positioniert, neu verortet, innerhalb letztlich des Kosmos. Und auf diese Weise haben wir natürlich eine wirklich kritische Position. Die Welt ist nicht mehr als die Krone der Schöpfung etwas Exklusives, auf das alles zugeht, sondern die Erde ist letztlich neben Merkur oder der Venus eben einer der Himmelskörper. Momentan gehen wir davon aus, dass wir nur 5% von dem, das das Universum erfüllt, wirklich verstehen. Der ganze Rest sind dunkle Energie und dunkle Materie. Beides Größen, die wir nicht verstehen. Und insofern haben wir den Eindruck, in der Kosmologie brauchen wir eine kopernikanische Wende. Letztendlich ist, glaube ich, die größte offene Frage heute, in was für einem Universum wir leben. Was das Universum tatsächlich ausmacht. Erstmal muss man sagen, in der Astrophysik passiert gerade wahnsinnig viel. Wir haben neue Teleskope, die bessere Daten generieren als je zuvor. Wir haben große neue Missionen, die das Sonnensystem erkunden. Das James-Webb-Space-Teleskop wäre da so ein Beispiel, das uns wirklich einen Blick ganz, ganz tief in die Vergangenheit des Universums ermöglichen würde. Ich möchte eine Parallele ziehen zwischen dem, was das James-Webb-Teleskop für uns ausmacht und was vergleichbare Dinge für die Menschen im 16. und 17. Jahrhundert bedeutet haben. 50 Jahre bevor Kopernikus sein großes Buch veröffentlicht hat, entdeckt Kolumbus zufällig die neue Welt. Berichte wurden nach Europa zurückgeschickt und die Menschen hatten plötzlich das Gefühl, die Welt ist größer, als sie sich das vorstellen konnten. Vom tropischen Regenwald hin zum Ursprung der Zeit. James-Webb beginnt eine Reise zur Geburtsstunde des Universums. Diese geografischen Reisen haben also einen Ruck in der öffentlichen Vorstellungskraft ausgelöst, der vielleicht auch Menschen wie Kopernikus inspiriert hat, größer über den Kosmos zu denken, als sie es zuvor getan haben. Man kann sagen, die Astrophysik, die befindet sich gerade in einer absoluten Blütezeit. Es herrscht allgemeine Goldgräberstimmung und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren sehr, sehr viele spannende neue Entdeckungen zu erwarten haben. Nikolaus, es ist vollbracht. Ist alles richtig? Ich weiß es nicht, aber man sagt, du wirst die Welt für immer verändern. Lies mir vor. In meinem Latein? Es gibt keine schönere Sprache unter der Sonne. Inter multa aquaria literarum artimque studia, Nicolaus. 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 Deine Seele ist unter den Sternen. Gute Reise, Herr Kopernikus. Was er mal hier da draußen findet. Vielleicht braucht er ja einen genialen Mathematiker. Ich bin nicht. Nikolaus Kopernikus verstirbt 1543 in Frauenburg. Sein Name wird unsterblich. Über den Verbleib seiner Überreste herrscht lange Ungewissheit. Was gerne vergessen geht, er hätte sein Werk nicht mehr zur Druckreife gebracht und veröffentlicht, wenn dieser junge Mann da nicht bei ihm erschienen wäre, 1539. Also wüssten wir wahrscheinlich heute überhaupt nicht, dass es Kopernikus gegeben hat, wenn Reticus nicht bei ihm gewesen wäre. Das haben dann spätere Astronomie-Geschichtler haben das dann so formuliert, ohne Reticus kein Kopernikus, ohne Kopernikus kein Kepler, ohne Kepler kein Newton. Es dauerte lange, bis die Ansicht von Kopernikus allgemein akzeptiert wurde und bis 1610 war es immer noch die Ansicht einer Minderheit, weil viele jetzt von der Theorie von Tycho Brahe überzeugt waren. Nach dem Gerichtsverfahren gegen Galileo und neuen Erkenntnissen, die die Theorie von Kopernikus immer wahrscheinlicher machten, findet seine Idee immer mehr Zuspruch. Ich würde sagen, um 1650, also 100 Jahre nach der Revolutionibus, hat sich das Blatt gewendet. Endgültig aber stand die Öffentlichkeit erst 1687, mit der Veröffentlichung der Newton'schen Gesetze auf der Seite von Kopernikus. 1582 reformiert Papst Gregor VIII den Kalender und streicht einmalig zehn Tage. Im Gregorianischen Kalender ist die Ungenauigkeit des Julianischen Kalenders durch einen Kniff beseitigt. In einem Zeitraum von 400 Jahren fallen jeweils drei Schalltage weg. Der Kalender stimmt damit. Doch gleichzeitig hebt Kopernikus das päpstliche Feldbild aus den Angeln. Erst waren wir im Mittelpunkt des Universums. Alles drehte sich um uns. Die kopernikanische Wende hatte als Ergebnis, dass die Erde bis hin an den Rand rückte. Plötzlich die Sonne im Zentrum war. Mit dem nächsten Jahrhundert haben wir rausgekriegt, die Sonne ist nicht im Zentrum. Die Sonne ist ein Stern unserer Milchstraße. Wieder später haben wir rausgekriegt, die Milchstraße ist nur ein Teil der lokalen Gruppe, eines riesigen Galaxienhaufens und wir stehen gar nicht in keinster Weise im Zentrum des Universums. Gerade wenn man im Planetarium steht, ist das so ein bisschen das, was man ja lernt. Alles ist so riesig, ich bin so klein hier auf der Erde. Aber vielleicht ist diese Erde der einzig bewohnbare Ort im gesamten Universum. Wir sind die Einzigen vielleicht im gesamten Universum, die sich über Schönheit, Einmaligkeit, Kunst, Kultur Gedanken machen. Ich war bei der Entdeckung von Kopernikus' Geheimnis dabei. Sein Werk geht als kopernikanische Wende in die Geschichte ein. Ich bin stolz darauf, ihn begleitet zu haben. Und damit geht auch meine Geschichte zu Ende. Ich bin stolz darauf, ihn begleitet zu können. Untertitelung des ZDF, 2020